Das Schiff rappelt und ich höre beunruhigendes Quietschen an der Hülle, als der molekulare Sturm meine Medea erreicht. Sams Piepen lässt mich wissen, dass er alle möglichen Koordinaten ausprobiert, um uns sicher aus dem Sturm zu manövrieren. Ich wiederum versuche manuell den offensichtlichen Gefahren aus dem Weg zu fliegen und doch spüren wir beide, dass die Medea nicht unbeschadet aus der Sache herauskommen wird. Ich habe sie gerade erst reparieren lassen. So ein verdammter Mist. Ich atme erleichtert auf und Sam lässt sich ebenfalls auf den Co-Pilotensitz sinken, als wir immer noch mit einem funktionierenden Schiff aus dem Sturm herausfliegen. Umkehren? Keine Chance. Wir haben keine andere Wahl, als weiter Slaters Koordinaten zu folgen. Nach einer Weile begegnen wir vielen zerstörten Schiffen, deren Wracks und Einzelteile still im All schweben. Ob die Menschen hier ebenfalls Bekanntschaft mit dem Sturm gemacht haben? Es sind zu viele, als dass das Sinn ergeben würde. Und mir fällt ein, dass wir uns immer noch im Sektor Bladdezenk schon befinden. Dem Sektor, wo an vielen Stellen gefährliche Schlachten wüten und doch will keiner von einem Krieg sprechen. Waren hier Kämpfe zwischen den Siedlungen ausgefochten worden? Oder sind hier noch andere Gefahren im Spiel? Warum genau ist an dieser Stelle ein Schiffsfriedhof? Erneut versuchen wir uns durch die Metallteile hindurch zu manövrieren, aber einige herumfliegende Einzelteile tauchen so unerwartet auf, dass erneut lautes Quietschen und Knarzen an meiner Schiffshülle zu hören ist. Wenn wir so weitermachen, reißt die Medea auseinander und dann stranden wir mitten im All ohne Aussicht auf Rettung. Ich wusste, dass an der Sache irgendetwas faul ist. Slater scheint mehr gewusst zu haben, als sie zugeben wollte. Langsam zweifle ich an ihren Intentionen. Ganz einfache Abschleppmission, dass ich nicht lache. Es hilft aber nichts. Ich bin so weit gekommen, dass ich nicht einfach umkehren kann. Ich gebe zu, dass mir das Herz bis zum Hals schlägt, als wir die Rute weiterverfolgen. Und dann hören wir unter uns etwas Knirschen. Ist irgendwas an unserer Hülle hängen geblieben, als wir durch den Friedhof geflogen sind? Nein, das klingt eindeutig anders. Sam glaubt, dass sich etwas im Schiff befindet und wir folgen dem Kratzen unter uns, bis wir es immer deutlicher unter einer Bodenabdeckung hören. Ich öffne diese vorsichtig und muss eine Weile mit Sam diskutieren, bis er endlich hineinfliegt, um nachzusehen. Wild piepend und lamentierend kommt Sam schnell wieder herausgeflogen und signalisiert. Naga! Nicht schon wieder, seufze ich und hole das Medipack aus der Krankenstation. Das mögen die ziemlich gerne. Komm, Fellnase, das sollte dir besser schmecken. Komm schon, komm, hier entlang. Mit seinen scharfen Krallen schnappt sich die Kreatur das Medipack, springt aus der Luke und rennt aufgeregt hinter mir her. Wow, nee, nee, so haben wir das nicht vereinbart, rufe ich, als es an mir hochklettert und in meinen Haaren herumwühlt, als ob sich da noch mehr Futter befinden würde. Sam, tu was, tu was, Sam! Er wirft uns noch mit seinen kleinen Werkzeugarm alle vorhandenen Medipacks entgegen und schnell stürzt sich die Fellnase auf seine Beute. Mit einer Decke schaffe ich, das Vieh einzufangen und laufe nun mit einem zappelnden Beutel die Gänge umher. Was mache ich denn jetzt? Luftschleuse? Aber, aber Sam, es hat uns doch nichts getan. Ja, okay, es frisst das Schiff auf. Mit schwerem Herzen folge ich Sams Ratschlag, werfe den Beutel in eine Dekompressionskammer und aktiviere den Knopf. Sorry, Fellnase. Okay, das war jetzt eindeutig zu viel Action für die bisherige Reise. Ich hoffe, dass es jetzt deutlich ruhiger zugeht. Ich fliege weiter und die Stimmung ist ziemlich am Boden, weil die Spritanzeige bedenklich niedrig ist. Endlich können Sam und ich ein Schiff im vorderen Fenster erspähen. Es sieht aber deutlich größer aus, als Slater es beschrieben hatte. Große Luken und die klobige Form deuten ganz deutlich auf einen Harvester hin. Ein Frachtschiff, das ganze Raumschiffe bergen kann. Wahrscheinlich hatte es Beute auf dem Friedhof machen wollen oder bereits getan. Meine Sensoren reichen nicht aus, um herauszufinden, ob die Lebenserhaltungssysteme noch laufen, aber es scheint kaum Energie von sich auszusenden. Lebt da noch jemand? Ich gebe einen Funkspruch ab und tatsächlich meldet sich mit krächzender Verbindung ein Mann namens Frank. Er berichtet, dass er den Kontakt zur Mannschaft verloren hat. Die Sparrowhawk, so heißt der Harvester, hatte bei ihrem letzten Auftrag ein spinnenähnliches Wesen mit messerscharfen Beinen und blauen Leuchten des Forges eingesammelt. Ein Forgespawn. Es hatte sich wahrscheinlich zwischen den geborgenen Teilen versteckt gehalten. Nachdem die Crew es erledigt hatte, glaubten sie frei von dem Parasiten zu sein. Aber plötzlich tauchten weitere auf und sie vermehrten sich schlagartig, sodass das Schiff überrannt wurde. Frank konnte sich verstecken, aber er hörte die Schreie der Mannschaft. Ich glaube, es sind nicht mehr viele am Leben, sagt er zu mir. Ich drücke den Mute-Knopf und lasse mich erschöpft in meinen Sitz zurücksinken. Was sollen Sam und ich gegen Spinnenkreaturen des Forges ausrichten? Da eröffnet er mir, dass Slater eine Drohne an unserem Schiff angebracht hat, als sie gemeinsam an der Reparatur arbeiteten. Er fand es scheinbar sehr spannend und hat sie mal einfach machen lassen. Manchmal verstehe ich Sam einfach nicht. Wir lassen Frank mit unserer Nachricht ziemlich warten, als wir über das nächste Vorgehen diskutieren. Wir kommen überein, dass wir versuchen werden, Frank zu retten, aber ich weigere mich, ein spinnenübersätes Schiff zu bergen und eine Siedlung damit in Gefahr zu bringen. Jetzt erzählt mir Sam, dass die Drohne eine Nachricht enthält. Von Martha, meiner Ziehmutter. Warum sagt er mir das denn nicht früher? Ich bin deutlich verärgert, als er mir die Nachricht abspielt und das Hologramm zeigt eine Frau auf einem Schiff, das nicht die Adrastea ist. Aber es ist Martha. Helft mir! Wir sind auf der Sparrowhawk, höre ich ihre Stimme. Mein Atem beschleunigt sich und ich starre fassungslos auf das Geschehen. Ich bin mir jetzt sicher, dass Slater die Drohne als Druckmittel hinterlassen hat, um mich zu motivieren, auf dieses Schiff zu gehen. Was für ein elendes... Naja, immerhin habe ich jetzt einen Hinweis, was mit meiner Familie geschehen sein könnte. Ich berichte Frank, dass ich auf das Schiff gehen werde und frage nach Martha. Er kennt sie aber nicht und glaubt, der einzige Überlebende zu sein. Ich muss meine Tränen unterdrücken, weil ich nicht glauben will, dass sie tot ist. Ich werde sie finden. Ich reiße mich also zusammen und fliege näher heran, um anzudocken. Ich werfe mich in meine viel zu alte und zerschlissene Weltraumkluft, atme noch einmal tief durch und öffne die Luke. Ich befinde mich im Andock-Zwischenraum und betätige die Kurbel der Außentür, als plötzlich messerscharfe Beine hindurchgleiten. Es ist viel zu eng hier und doch versuche ich auszuweichen. Mein Helm knallt gegen die hintere Wand und Sam piept wieder aufgeregt. Ich hole meine Klinge hervor und versuche damit, das Vieh von mir fernzuhalten. Die blauen Runen leuchten auf und ich schlage zielsicher zu. Ich hole meine Klinge hervor.